Ich bin Giuseppe! Was sind viele Leute da? Das ist gut für die Krammelder! Die können alle gute Schäften machen! Ja! Oh, neue Sachen! Ganz spezielle Sachen! Ich muss euch zuerst mal vorstellen, wer bin ich? Ich bin die Giuseppe von die Cellerlitole. Ich war vorher meine Arbeit. Ich war die Wassertrager von den Peloscanis. Ich kann nicht mehr arbeiten die letzten 2-3 Jahre. Ist sie weg, Putsch? Kann nichts anders werden, weil es auch gut aussieht. Die Nebeln nicht kennen sich, ja. Aber das honorable Mani von der Finchgau da, habe ich getroffen in Roma. Da hat er gesagt, kann ich vielleicht fragen, um ein Luigi von dem Land. Dann ist sie gegangen zu die Luise. Da hat er gesagt, habe ich gefragt, kannst du vielleicht brauchen auch so Giebeletrager? Dann hat er gesagt, nichts Giebeletrager, habe ich genug. Ich war die Lebenssohn. Bin ich gefahren bis, habe ich mir gedacht, vor ich auch ein bisschen weiter, bin ich gefahren mit Tremitalien zu. Oh, Porzano Merano. Grausig. Langsam. Stücke. Ich steige ihn in die Finchger. Ja, es ist Litorina. Finchger, zu! Ist er gefahren durch den Tunnel? Ganz wie Turbo. Weil sie bald ganz schwingend geworden ist. Ein bisschen, ein fein Sitz drin. Ein ganz fein Sitz. Hat er sich getroffen, schöne Madel. Aber... Hat er sich gezeigt, ganz riesig. Jetzt ist er schon da. Hä? Wo ist's? Na, Mama Mia, wo ist das Ganze? Ja, schau mal her da. Oh! Ganz neu gesagt. Hat er mir gesagt, ist von, äh, äh, wie heißen, äh, Nordic Viking Club Coltrano. Und wer gedenkt, ist vielleicht ganz gut, wenn ich nur Klickstunde. Ja! 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 Ja, bin ich sie gefordert, ein bisschen Laches. Ja! 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 G-M-M-In-E. Ja! 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 Ja, ich hab' mir gedacht, grummer Gutmarkt. Ich kann gut Geschäft machen. Und wenn da um ist nicht noch gemeine, dann kann ich auch ein gemeines Geschäft machen. Ja, ich mache ein gemeines Geschäft. Ja, oben Papiere, oben Papiere, oben, dreimal Papiere, oben, oben. Musst du oben, was kann ja sein, dass du brauchst, zwei Kopien hier zu kommen. Inni sieht mich aus inni, ganz aui. Oh, für die Firma, was machen lange Leitungen. Ah, ist gewesen, schwarze, schwarze Signora drin, ganz schön. Mir ist gut gefallen. Von über die Kraft. Alte Gugur. Und zehn Kilo Vogelfrug. Chef, die Chef. Bin ich sie da ausgegangen aus dem Büro. Schauen auf der anderen Seite, Rad-Saal. Rad-Saal. Hab ich gedacht, muss ich dann schauen, was für Rad da drin ist. Machen die drauf. Mamma mia. Keine Rad drin. Bin ich oi. Hab ich betroffenen Polizisten. Hab ich gesagt. Du, in die ganze Ausfallen Radl. Was sollen wir machen? Oh, dann bin ich gegangen. Bin ich gegangen. Ein Arbeitswochen bei Bauer. Er hat mitgelaufen. Und den ganzen Tag aufgesucht an den Boden. Die Windäpfel, hat er gesagt. Hab ich getan. Drei, zwei, den ganzen Tag. Die Nacht auch. Und gekriegt zu essen, haben wir. Kein Niederli. Kein Niederli. Ganze, ganze Woche. Kein Niederli. Kein Niederli mit Supp. Mit krasen Augen drin. Für die Augen etwas in die geschaut haben. Bin ich sie da gegangen. Ist mir zu streng. Arbeiten. Bin ich sie gegangen dann zu die Äpfelschaft. Weiß ich schon Äpfelschaft. Oder? Also ja, ja. Oder heißt Genosenschaft. So ein Almi-Spezialist. Ja. Den müssen Sie gerne zum Schirrlein. Hat mir erklärt. Gefährlichkeit. Und äh. Und Sicherheit. Und Hygiene. Ganze Stunde lang. Hat mir das Seminar mitgenommen. In die neue Rauminida. Und hat mir gesagt. Computer. Ja. Hat gesagt. Muss ich Code eingeben. Schau. Wenn ich Freilein um. Sagen. Ist ein bisschen Problem. Ja. 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 Na. Abgemacht Kips, bis dahin. Da schien wir wieder umgeschaut. Ist aber etwas ganz anderes passiert. In die Nebenzimmern, wo es gewesen ist, ein Kreißsaal oder Kreischsaal. Hat geschrien jemand ganz gewaltig. Und ich habe gefragt, Frau Doktor, was ist da passiert? Hat sie gesagt, ist eine Volksparteibezirksfrau, bringt eine neue Kandidat auf die Welt. Und die Paparici ist auch dabei gewesen. Haben gekriegt eine Säppel. Hat ein bisschen zu groß den Kopf gehabt. Kann aber jetzt leicht möglich sein, dass sie noch ein bisschen Money auch auf die Welt bringen für neue Wahlen. Aber es ist doch jetzt ganz gewaltig gespart schon. Muss ich Ihnen ausweiten. Da habe ich schon gesagt. Das kann ich machen. Das ist gut. Wiederschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.